Ich glaube, der erste Satz war sehr, sehr schnell vorbei, aber ich glaube, dass wir danach besser gespielt haben. Vielleicht nicht unser Top-Niveau, aber die haben auch sehr, sehr gut gespielt, die haben uns gut angespielt, haben uns keine einfachen Bälle eigentlich gegeben, von daher war es schon ein schwieriges Spiel. Mit dem dritten Satz bei 9-9, ich glaube, wir haben sogar 9-8 geführt, wenn wir den gewinnen, ist das auch wieder ein ganz anderes Spiel, also sieht jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher aus, als es dennoch war. Ein bisschen kurios, dass er den ersten Satz dann tatsächlich 11-0 verliert. Was bespricht man dann in der Satzpause mit in dem Fall der Trainerin? Gut, ich glaube, wir wussten alle, dass es nicht normal ist, dass wir 0-11 verlieren. Ich glaube, auch die Gegner wussten, dass es im zweiten Satz nicht nochmal so leicht wird. Ich glaube, wir haben uns einfach versucht, nochmal unsere Grundtaktik, an unser Grundspielsystem zu erinnern und haben versucht, gute Bälle, einen guten Start zu haben, den hatten wir dann und dann hat sich das Spiel ja dementsprechend auch gedreht. Das Wunder nach, die letzten drei Sätze waren ja tierisch eng und ich glaube, so wie der Spielverlauf war, beschreibt das das Spiel auch ziemlich gut.